Damit die verkaufen konnten. Fast übersehen. Da ist auch noch eine. Also die Gebäude da drüben reparieren. Zehn Perlen. Taucher! Den Erfolg. Hmm. Alles Wasserseitige können wir nochmal abgehen. Es gibt halt noch Heroes of Kingdoms 3. Okay. Wir gehen jeden Screen wieder ab. Du willst 300 Gold. Du willst dein Mann. Bei dir kann ich die verkaufen. Ja. Sogar richtig viel wertvoll. Richtig viel wertvoll. Gott, war das Deutsch. Richtig wertvoll. Boah. Für Geld. Gesehen. Ähm. Da ist nichts. Nichts Neues. Nichts Neues. Ich glaube hier hinten sind wir echt fertig in dem Eck. Überall noch die Perlen jetzt einsammeln. Damit wir ein bisschen Geld bekommen. Damit wir Geld bekommen. Ups. Ist es zu weit. Geld haben, um das alles abzuschließen. So. Ähm. Hier sollen wir die Hütten reparieren. Hier brauchen wir. Zwei Arbeiten. Zwei Nägel. Drei Arbeiten. Drei Nägel. Drei Arbeiten. Fünf Holz. Fünf Nägel. Fünf Arbeiter. Zwei Seile. Okay. Fünf Holz. Fünf Nägel. Fünf Arbeiter. Fünf Nägel. Fünf Arbeiter und zwei Seile. Jetzt können wir hier abschließen. Und das bauen. Wir müssen schlafen. Gut. Wir haben noch Fisch. Schlafen wir einfach direkt da. Vielleicht zweimal. Tja. Wir haben jetzt eine Prinzessin. Wir schubsen jetzt eine Prinzessin. Ist auch unsere Begleiterin. Hier. Die Mine ist repariert. Deine Mine ist fett. 300 Gold. Nice. Wir haben wieder jemanden bekommen. Oder haben wir jemanden abgegeben. Hier fehlt immer noch ein Bruder. Okay. Okay. 10, 10. 10, 10. 8. 4 Seile. 4 Seile. 10, 10. 4 Seile. 4 Seile. Und 8 Fässer Wasser. Wir gehen mal ganz schlafen. Weil wir müssen jetzt dann Wasser sammeln. 1,16 Energie. So. 2 mal gekriegt. Und wenn ich mich nicht enttäuscht, macht es noch 5 Heiltrinke. 5 Heiltrinke. Wir gehen aber gleich nochmal schlafen. Okay. Die Frage ist jetzt, was fehlt uns noch als Errungenschaft? Ah, 2 Seile noch. Äh, 2 Segel noch. Wir segeln hin. Dafür haben wir die Kanonen gebraucht. Ein Salamanderdorf. Ja, wir angeln erst mal. Ganz entspannt erst mal angeln. Wir haben Zeit. Alles weg, Amen. So, dann alles einsammeln. 30 Regenbogenmoscheln gesammelt. Glitzernd. Der Erfolg. Oh, eine künge Kette. Wir können mittlerweile so viel einsammeln, dass ich ihn einfach nur noch rumklicken kann. Und in jedem neuen Bild erst mal für 10 Minuten. Auf Pilze und sowas habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr geachtet. Ne, Piki und zweimal Schmuck. Einmal können wir jetzt halt hier eben das Ding wieder geben. Wie viel Wilden der darf er noch haben? Eine Piki und zweimal so Schatzzeug. Wollte ich das nicht bei dir kaufen? Ach ne, oben, 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 oben. Bei dem da hinten. Zweimal. Und eine Piki will er haben. Dann kaufe ich mir gleich zwei, weil ich brauche die ja auch. Auch keine mehr. Ach. Da wollte ich noch gar nicht hin. Äh, stopp, da wollte ich noch gar nicht hin. Okay, und hier Ja, machen wir einfach noch mal zwei. Hier kann ich da oben Holzschüsseln kaufen, schätze ich. Ja, ich hab, oh. Äh, ja, 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 wie oft, wie, wie, wie viel willst denn du davon? Ich kann den Krabben zupfen. Und nochmal. Und nochmal. Biss mal, jetzt mal 30 Gold. Kaufe nochmal drei, ist mir egal. Also hier können wir momentan noch nicht weiter erkunden. Hier geht's auch noch nicht weiter. Wie viel frisst du davon? Okay. Ich glaube, vielleicht ist es so unendlich, aber der frisst davon ein bisschen was. Wir machen erstmal unser Sammelsurium durch. 160 Fische haben wir gefangen. Meisterfischer. Oh, ein Schwert. Ich werde eh irgendwas übersehen haben. Wir werden eh zum Schluss nicht alle Erfolge haben. Weiß jetzt aber nicht, ob ich gerade weiter durchziehen soll oder jetzt noch einen Schluss machen soll. Ich war jetzt viertel nach zwölf. Wie gesagt, ich muss morgen wieder früh raus. Äh. Okay. Ich brauchen wir. Und du bist so ein Trank. Ich weiß nicht, wie lange sich das Spiel noch zieht. Äh. zieht in Anführungszeichen, wie lange das Spiel noch geht. Äh. Weil wenn wir jetzt hat. Wenn ich jetzt Schluss machen, ist das nächste Mal dann nur so 10 Minuten. Ist dann auch blöd. So für 10 Minuten reinhaut das Spiel. Ist auch sehr doof. Ah, okay. Hier kann ich mich ausruhen, aber hier brauche ich nichts zum Ausruhen. Wir gehen hier rüber, denn ich habe deinen Bruder gefunden. Oh, ach ja. Den Heiltrank. Oh, den Heiltrank. Den Heiltrank, den habe ich ganz vergessen. Den armen Kerl da unten, den habe ich ganz vergessen. Hier. Da ist jetzt auch belebter. Hier. Hier. Sechs Schaufeln. Sechs Spitzhacken. Zehn Packen. Da ist jetzt auch welche. Und die konnte ich hier. Nein. Hier. Nein. Nein. Kann ich hier kaufen. Und Söldnager. Zehn Fackeln und vier Söldner. Ups. Ich habe wenig Fackeln gekauft. Ups. Ups. Walscher Screen. Kein Geld mehr gleich. Wir haben ja genug Schmuck. Und. Vier Söldner. Und vier Söldner. Einen habe ich noch. In meiner kleinen Armeen. Anführungszeichen. Hey, hier. Bitte. 75 kann ich die Steinchen hier kaufen. Und für 78 kann ich die verkaufen. Also es macht. Es lohnt sich. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Weil ich glaube hier müsste es weiter aufgedeckt. Nein. Zur einsamen Insel. Ach hier. Du hast ein Fernglas. Lass mich krabbeln. Äh. Und jetzt? Zum Zauberturm. Okay. Ich muss alle Teile der Krone finden. Salamanderdorf. In. Und nicht das Salamanderdorf. Das war hier. Okay. 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 Wir müssen die Krone jetzt anbauen. Ein König ohne Krone ist aber auch. Ich muss schlafen. Ich versuche mal günstig zu schlafen. Weil ich nicht mehr so viel Gold habe im Moment. Vielleicht dann direkt hier unten. Und wir können das ja eh bei dem. Relativ gut wieder vertauschen. Verkaufen. Schlafen wir mal hier. Okay. Jetzt haben wir genug Energie wieder. Ach. Wir kriegen die Holzschüsseln hier auch wieder. Gucken wir mal. Weil dann kann ich hier gleich wieder. Mache ich es gleich noch zweimal. Äh. Mache ich noch einmal ein Nickerchen. Weil wenn ich die Holzschüssel wieder kriege. Wir umtauschen. Oben. Bopp. Einmal buddeln. Und die Keroine. Buddeln wir einfach aus. Gucken wir mal. Was für ein Kerl. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall wieder einige so ein Fleisch. Mein Bogen ist da. Meisterjäger. Achso. Ich habe wieder Spinnen kaputt gemacht. Ich brauche übrigens nur einen Bogen. Wir reißen hier sehr viel. Ein Wasser. Zwei Heiltränke. Zwei Soldaten. Nein. Zwei Heiltränke. Ein Wasser. Zwei Soldaten. Und einmal ausgeruht. Nur eine Schlange. Schlangenkiller. Irgendein Stein. Zack. Na wir schlafen auch gleich wieder zweimal. Würde ich sagen. Ich habe keine Kopf. Platt machen. Wofür brauche ich das Wasser eigentlich? Ich habe das Horn bekommen. Hier hast du dein Horn. Ich brauche 600 Münzen. Wo brauche ich denn 600 Münzen? Ja dann verkaufe ich meine Nahrung. Wo ich sehr viel habe mittlerweile wieder. Ich kann meinen König einmal beraten. Okay. Buch der Gefahren. Wo ist die Buch der Gefahren? Hierher. Worm soll ich hierher? Ach so. Ich soll hier welche kaufen? Acht Stück. Jetzt ist ein Zauberturm wieder. Okay. Hier. Welches aus Liebe hergestellt worden ist. Die Krone der Macht. Mächtig. Jetzt hat es eine schwarze Insel begeben. Wo sind die? Hier. Schwarze Insel. Wein habe ich. Klamotten und Teer. Vergessen wie viel. Ich habe nicht so viel Gold. Deswegen gucke ich nochmal nach. Drei Klamotten. Zwei Teer. Drei Klamotten. Zwei Teer. Und Teer konnte ich hier unten kaufen. Bei der oder? Genau. Auch da muss ich nur eins kaufen. Eins hatte ich schon. Schießpulver. Oh. Schießpulver war doch immer so aufwendig zum Herstellen. Schwefelkohle. Mist. Fangen wir erstmal mit der Kohle an. Drei Mal. Gleich geht die Schaufel kaputt. Ich weiß es. Nicht? Wir haben sogar mal alles. Die Schaufel ist nicht kaputt gegangen. Und Schwefel kann ich beim Eichmisten kaufen. Da neben mir steht. Ach das leere Fass. Einmal herstellen. Danke. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Okay. Schlafen wir immer. Hey guck mal eine Kappe. Und Eier. Und Eier. Ervorragender Kappenfischer. Und das ist nur eine Schlange. Ich muss schlafen. Oh Gott. Ich schau immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel auf die Uhr und denk mir nur, das ist blöd. Fackel hab ich. Spinne. Ich hab keine Fackel mehr. Oh, holt. Nein. Äh. Fuck. Gleich wieder ein paar. Weil wir jetzt eh in der Höhle sind. Braucht man immer ein paar. Ja. Keine Energie. Mehr schlafen. Ich muss gar nicht, dass ich so viel Fleisch hab. Entschuldigung. Zwei Soldaten zu Ende. Okay, jetzt geht's an die Piraten. Ich hab nicht. Arfen. Ja, ich glaub ich könnt gleich mehr Soldaten mehr rein gekaufen, aber nee. Ich hab nicht mal genug Geld um die Soldaten. Ähm. Ich hab nicht mal genug um die Soldaten zu bezahlen. Da warst du. Jetzt halt kann ich die Soldaten bezahlen. Ach, ich hätt nur einen gebraucht. Gut. Aber ich glaub es werden nicht die letzten sein. Fünf Tränke, fünf Soldaten. Müssen wir mal gucken, was wir alles ein bisschen verkaufen können. Das ist überall nix mehr. Wann mal kurz. Kann ich bei dir vielleicht noch ein paar Tränke tauschen? Nope. Aber ich kann bei dir hier. Ah, guck mal. Brauchen wir nicht. Gar nicht. Hier kann ich noch ein paar Pilze verkaufen. Ich brauch ja mindestens 500, der jetzt hat für die fünf Soldaten. Euch beiden kann ich gar nix verkaufen. Die auch nicht. Ich hab keinen Schmuck, keinen Schatz. Keine Nahrung mehr. Kann dir das noch ein paar Mal geben. Gebe ich mir mal auf. Selbst, dass ich auch noch schlafen kann. Zwei, das ist in Ordnung. Ja gut, so viele Echse brauch ich nicht. Äh, fünf Tränke. Könnte ich nicht irgendwo Wein verkaufen? Ich glaub da unten, ja. Das hat aber auch nichts wert. Kann ich verkaufen. Bad Dietrich kann ich verkaufen. Oh, nein. Ah. Nein. Auf keinen Fall gerade. Ah, die zwei haben überlebt. Gott sei Dank. Angriff. Meine Schwester. Mutig. Ein Dämon. Ein Dämon. Ja, die Prinzessin ist meine Freundin. Noch ein Trank. Behandle Siedenmenschen. Hey, ich kann da angeln. Und ich kann da ein Schloss knacken. Das ist gut, weil wir brauchen gerade Geld. Und angeln tue ich auch auf jeden Fall, weil wir brauchen gerade Geld. So, äh. Da geh ich jetzt aber dann trotzdem nochmal hin. Weil wir brauchen gerade Geld. So, und jetzt auf den Vulkan soll ich kommen. Das war dann von hier aus, oder? Ne, hier. Doch, doch hier. Oder muss ich erst dem König Bescheid geben? Ah, ich glaube, das ist keine Kugelie. Was bist denn du? Ein Zauberturm. Ja, ich habe ein schönes Schiff gebaut. Hi. Dafür wird er bezahlen. Und ich habe einen Zauberer gekriegt. Nice. Äh. Ich brauche zwölf Kraft. Ich sollte mich in einem Lager ausruhen. Äh. Dann ruhe ich mich in dem Lager aus. Nein, falsches Lager. Ruhe ich mich in dem Lager aus, weil ich habe hier noch zwei Krabbensuppen. Ah, das Spiel geht, würde ich mal sagen, knapp eine Stunde länger als es, äh, als der Vorgänger. Willkommen in meinem Reichsterbächer. Ja. 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 Nimm das, du Bestie. 20. Wofür eine Prinzessin? Vernichtet den Dämonen. Held. Okay, ich hätte gerne, ich sollte zum Stadtplatz gehen, ich hätte gerne noch 300 Gold, dass ich der Dame die 300 Gold geben kann. Was wüsstest du jetzt? Was wüsst du denn, eine neue Mission? Ich hätte gerne noch 300 Gold, dass ich eine Mission noch abschließen kann, aber ich habe den einen Kerl auch nicht gefunden. Ich würde gerne mal den Stadtplatz meiden. Verdacht, dass es dann automatisch abschließt. Ich will die 300 Gold noch. Ich gucke gerade rum. Ach, guck mal, hier ist noch eine Mutter. Ich glaube, wir haben nur einen Stadtplatz drauf. Hervorragender Taucher. Zu ändern. Äh. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts mehr zum Sammeln. Hier noch was? Das ist auch noch. Ah, guck mal. Ah. Wir haben gerade jemanden gekriegt. Ich weiß nicht, wofür, aber wir haben jemanden gekriegt. Hier ist auch nichts mehr. Auch nichts mehr. Die Katakompen sind ja schon eigentlich komplett durch. Hier sind Eier. Ja. 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 Ich denke, es ist gleich vorbei. Auch nichts mehr zum Sammeln. Ich kann der Frau halt die 300 nicht geben. Die haben wir komplett gebraucht. nicht beschwert. Den Schatz sagen wir haben wir komplett gebraucht. Hier kommen wir auch. Nur hier unten rein und da gibt es auch nichts mehr. Hier auch nichts. Hier ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Nein. Ah doch. Wohin, 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 wohin. Nein. Nur nicht. Stopp. Was? Das will ich nicht geben. Einmal verbotene Küste nach seltenen Muscheln zu suchen. Und er ist nicht Er ist nicht zurückgekehrt. Verbotene Küste ist doch hier. War der nicht hier unten? Nein. Schau mal, der sieht doch aus wie der. Der da. Okay. Und hier können wir die 300 Gold einfach nicht geben. Das ärgert mich so fast am meisten, dass wir, dass wir, äh, die 300 Gold nicht geben können. Einer im Keller kauft doch Tränke. Die man nicht braucht. Kann man dem Keller tauschen doch auch rum. Ah, die Pilze haben zu kaufen. Wir können hier die 300 Gold geben. Großherzig. Apple Persis Conflict. Ding. Errungenschaft. Großherzig. Ach, wir müssen eher so machen. Willkommen. Du bist dein Held der ganzen Stadt. Sprechend Thema. Das ist richtig, Captain. Jetzt sind sie ein Ehrenmann. 25 Ruf. Fest zum Ehren unseres Ziels. Und unserer Verlobung. Was? Davon weiß ich noch gar nichts. Hey, 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 hey. Hey, das geht mir ein wenig zu schnell. Toll, ich habe lange keine Ehefeier mehr gesehen. Moment. Ein perfektes Zauber parat. Hält. Aber hey, von Verlobung weiß ich nichts Ende Okay, das geht knapp eine Stunde länger Ohne halbe Stunde länger, denke ich Das ist der Vorgänger Dann wird das auch durch, Errungenschaften Wir haben bestimmt was uns gekriegt, was ist das? Rollen Ruf Uns haben drei Ruf gewählt Erlange 100 Stärke Wir haben vier, ach, schlafen Um 100 Energie zu haben, okay Na gut, das hätte ich hier wirklich machen können Besitze 3000 Goldmünzen Äh, was ist das? Vier Kisten haben wir nicht gefunden Wir haben einige Eier Nicht gefunden Zwei Schätze nicht gefunden Ein Schloss nicht aufgeknackt Und finde die goldene Rüstung Okay, die haben wir auch nicht gefunden Ich denke, wir hätten in den Katakomben noch weitergehen sollen Weil ich glaube, wenn wir so auf Spielen drücken, startet es wieder neu Nein! Schau, verdammt Oh guck, es geht weiter Es lebe unser Held Es lebe unser Held Äh, wir können in den Katakomben noch weitergucken Ne, das Da kann man ja wieder raus dann Hier war eine Schaufel Die ich hier anklicken kann Also wir haben einiges Wir haben ein bisschen was nicht gefunden Das Ärgert mich jetzt fast Aber es ist okay Ich würde sagen Ja, wir beenden das Spiel Und Ich verabschiede mich dann auch für euch von heute Bis Jetzt habe ich gesehen Es gibt Hero of Kingdom 3 Also wisst ihr was? Bis zum nächsten Mal